Tja, wenn man jetzt Tierstimmen kennen würde, dann würde ich sagen, okay, da flattert irgendetwas Großes. Da haben wir jetzt nicht das Tuch da. Boah. Okay, ich wachschen. Ich wachschen. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Ja. Oh. Wissen möchte ich sehr wohl. Oder sind das Krähen? Wenn es Krähen sind, ist okay, aber das ist wirklich riesig groß da das Teil. So, ich glaube ich sollte mich nicht mehr so lange hier aufhalten, bevor mir der Boden unter den Füßen zerbricht. So wie hier links. So.